die mit ihrer scheiß ehrfurcht und blickte furcht disziplin das ist das nervige an dem Andrew wenn ich mal die richtigen Tasten drücken würde man da hat man extra schon solche Shortcuts und man kommt echt nicht damit her äh klar nix da Blut her und ich krieg wieder Blick der Furcht zu spüren lassen die auch mal was wertvolles fallen Ventus gehören ja zur gehobenen Klasse da können die ruhig Diamanten fallen lassen also reichlich Geld damit ich mich mit Raketenwerfer und Co. ausstatten kann hier geblieben, dein Blut gehört mir natürlich blickte eher Furcht und alle laufen mir hinterher Leute, kommt her gut, erstmal hier entlang natürlich, Blick der Ehrfurcht und Blick der Furcht ich brauche sofort Blut äh oh man, hey Samuel ja so halt dich mal und trink halt dich trink Bill Helen, halt dich oh man ich bin Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Kriegskull verfällt in Rasserei, das ist auch cool. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. So, ich hoffe, das, was ich jetzt vorhabe, läuft etwas reibungsloser ab. Also mit gekröntem Erfolg. Was lag das mit Silbermünzen? Ich glaube, das sind auch Prager Silbermünzen. Kann ich erst etwas anderes loswerden? So, erstmal hier rein. Und erstmal ins Waffengeschäft. Vielleicht gibt es ja jetzt eine neue Rüstung. Dann kriegt Wilhelm auch eine hautenge Rüstung. So wie Samuel. So wie Samuel. Samuel braucht auch... Feuer feste Rüstung. Feuer feste Rüstung. Ne, es gibt hier. Ne, es gibt hier... Oder hier unten. Magnesium-Bolzen. Achso. So. 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 Erstmal Sturmgewehr. Ist er nicht modifiziert verkaufen. Revolver verkaufen. Die Uhr verkaufen. Diamantenheizkette verkaufen. Diamantenheizkette verkaufen. Goldringe verkaufen. Ach, stimmt. Ach, komm schon. Boah, ich glaub die Armbrust tebe ich mal auf. Sturmgewehr kann man ja verkaufen. Dann machen wir das mal so. So. Hey, schau mal her. Hast du jemals so etwas Schönes gesehen? Okay, ist ja schön. Mach's gut. Armbrust doch hebe ich mal auf. Hey. 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 Mal schau mal her. Hast du jemals so etwas Schönes gesehen? Alter Schwede. Wir haben reichlich. Modifiziertes Sturmgewehr? Habe ich das überhaupt? Entschuldigung, musste ich kurz niesen. Deswegen war ich auch kurz ruhig, weil ich nicht wusste. Das ist immer so ganz widerlich. Da denkt man, naja, man muss nicht niesen. Auf einmal kürzelt es in der Nasse. Doch, ich muss niesen. Und dann, nein, doch nicht. Und dann auf einmal, hachiu, kommt schon raus. So. Aha. So. Deswegen vorsichtig bei Plasma-Blutbeuteln. So, dann mal kurz ruhen. Okay, da war was. Hmm. So. Wilhelm, mein Lieber. Ah ne, er weckt ihn. Da brauchst du 5000. Boah, da... Fehlt noch ein bisschen. Okay. Jetzt war sämtliches Blut entziehen. Okay. Da muss aber der Venture hier auch echt hohe Menschlichkeit haben. Okay. Ey, lass er mir in Ruhe. Zum Halb! Zur Hölle mit euch! Ich glaube, ich bin... Ich dachte gerade, woher kriegt Wild... Äh, Dings hier. Auf einmal so viel Schaden. Oh, Mann. Oh, danke. So. Leute, haltet euch doch einfach. Oder seid ihr nicht dazu in der Lage? Als wir dem Kriegskuhl hier Blut entziehen. Natürlich, Kriegskuhl trifft, aber ich... Boah, auf keinen Fall. Ganz ruhig. Hier ist es. Aber sag bloß, wir haben es soweit gepackt. Die Maschinenpistole. Gut, Herr. Die Anwandenhalskette ist sehr schön. Boah, 1348 Bargeld aufgenommen. sauber natürlich war Samuel schon wieder auf jeden Fall zwischengeschaut zur Nummer 3 da also erstmal heilen Blut trinken heilen Blut trinken du meine teure heilen und Blut trinken Christoph du behältst mal noch den Blutbeutel nur zur Sicherheit und zur Reserve aber so wie ich die Gruppe Mitglieder kenne Disziplin, 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 Blut ich brauche Blut das Übliche halt Fabrik Ebene 3 aha na also boah besser nicht Leute kommt runter wieder gruppieren ah das hätte ich ja anklicken können die ganze Zeit spitzert euch sieh mal einer guck Rüstungshemd was haben wir hier Silberring ich glaube ich kann demnächst meine Sachen wieder verkaufen gehen so einmal die Christoph den und ein Gewehr leck mich fett 60 modifiziertes Gewehr fehlt glaube ich noch in der Sammlung bin mir allerdings echt unsicher da müssen wir erstmal den Inhalt der Truhe inspizieren und nachsehen wie wo was alter sehr gut gegen Gift ein Raketenwerfer oh sauber blut blut her blut her okay interessant ich kann ich kann Lideron nicht bei mir selber anwenden Austreibung des Tieres warte ich mal ich kann nicht bei mir tieres ä ein in 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 Bis zum nächsten Mal.